Achso. Hä, auf PC da ist sowieso höher, äh, höher, weil ich streamen. Ja, aber mach so, ähm, 4K bitte. Mach, please, 4K. Ja, ist, nein, sieh, bist du mit drin? Bist du laut? Pua! 4K auf nem PC ist gar nichts. Ich hab keine Ahnung, wie viel ich hab, aber let's go. Was ist das, ich mag? Warte, ich mag das 720 und 60 FPS. Warte, ich kann da wieder hochschnallt haben. Tortinos, Tortinos, Hot Pizza Rose. Tortinos, Tortinos, Harry Potter, Tolkien, Tortinos. Warte, wenn du weg bist, dann kannst du irgendein Copyright-Leap machen. Komm, ganz schnell, ganz schnell. So, mhm, mhm, ls, l-l-l-los, ferla. Moment später... ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh talvez die recreate webbläskifklifklifklifklifkinohier Looks. Nice to Zeig dir mal was übertrieben lautes, warte, übersteuert auf, ähm, Be-Bob-Bobby-Kai, Be, nee, so schreibt man das. Bo-B-B-K-A, Bobby-Kai und Mein-Mein, nein. Be-Bob-Bobby-Kai und Mein-Mein und Bobby-Kai. Aber ich hör's mir extrem übersteuert an. Einer, wie her, ich hör's schon nicht. Wenn, wenn es, herr, du so mit Ready-Drucker bitte. Ach ja, klar. Äh, mit Mein-Mein, Bobby-Kai, äh, mit Random-Soper und nur wir. Ja, nur wir. Ja. Und das war nicht mal volle Lautstärke. Au, wua. Au, wua. You just tripped. So cool. Auf einmal bekommst du Copyright Strike, so wenn ich ein Video abspiele. Nee, kein Copyright Strike, aber wenn wir so singen. Copyright, ich fick mit meinem Bobby-Kai, was? Lieber Bobby-Kai, Bobby-Kai, ich fick mit meinem Bobby-Kai. So. Ja, in Nachricht bekomm, Rocket, Inge, Deutsch, äh, Klammer auf, Tränen, Trade und Play. Klammer zu. Äh, 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 der Block. Wusstest du, dass der Block auf Vergeleidigung bedeutet? Was? Bist du bei mir in der Lobby? Nee, weißt du. Also, ach so, du würdest One-Wie-One machen, okay. Nee, ich hätte jetzt einfach mal einen Zoo bauen, einfach. Ach so, ja, okay. Ich dachte mir grad so, wait, what? Erstmal deine schönen Sachen hier kaputten. Ich will trotzdem Waffen. Okay, wir müssen jetzt mal die Zeit üben. Alter, man merkt schon, dass ich Leute von der Schule haben kann. Ich bin so angespannt. Was habt ihr denn in der Schule so gemacht? Ja, wir haben uns im Pausenhof versammelt und dann uns den komischen Belicht uns wieder hochschaut. Ach so. Ey, komm, 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 weil ich geb den Tipp, hab ich heute auf Y-T gesehen. Weil, es gibt ja Jump Fatigue, also, dass du maximal 390s so machen kannst, halt. Dann kannst du nicht mehr springen, es sei denn, du hast es ausgeschaltet hat. Und es gibt einen Trick, du machst jetzt halt die 390s. Und dann machst du halt so ein Bock, meint die, dass du ohne springen, wenn machst. Ja, dann weiß ich schon länger. Ja, ich hab den... Ich hab den erst heute zu gewöhnen. Aber du brauchst endlich mehr als 390s. Wie doch. Ich geh mal wieder ein bisschen nur noch. Alter, irgendwie in Crea mein Ping ist so schön und dann Public Alter, eh man dieses Hix gestalten Ping. Wow. Bruder, ich wünsch mir, ich hätt wieder nuller Ping, Alter. Dann kann ich so geile Sachen machen, Alter. Faithway Builds, 300 Prozent, Alter. Nein, da hast du gebaut. Shut up. Ich weiß. Hey, ich geh da kurz raus und da oben, ähm, ähm, weil, kennst du die Altmap vom Fledermaus? Hä, was, was willst du? Die Warm-Up-Map vom Fledermaus. Ja, kann ich mitmachen? Ja, dann halt abwechseln. Fangst du an? Warte, nein, ich fang an, okay? Und dann... Du fangst an. Wenn ich fertig bin. Aber ich will dir zufangen, dann. Hallo, warte. Warte, 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 zurück zum Zentrum. When you say you love me, I say... Jo, nicht eigentlich, nicht, aber okay. Aber du musst hier sein. Du musst hier sein, du musst hier sein, du musst hier sein und starten und dann... Ja, chill dein Leben. In dein Leben, du sparrst. Und laut, am Mannschaft. Ich hab heute, äh, es ist es Deathrun, ich glaub, 3.0 oder 4.0 first try geschafft, einfach, ohne zu sterben. Ich, ich dachte mir so, ach komm, mach ich wieder mal ein bisschen Deathrun. Sag, wenn ich darf. Ja. Darf ich? Nein, Zahl 1. Jetzt erst. Das ist unfair, du spielst PC. Das ist sowas einfacher. Ich hab den noch nicht so oft gemacht. Ich hab den erst einmal gemacht. Ey, binst du dumm, okay? Ey, du musst vierfach leer machen. Ey, ich muss auch nicht. Doch, da soll man vierfach leer machen. Wenn vierfach leer ist, ist das PC über das Schwamm. Gut. Dafür ist edit'n auf PC richtig easy. Und das ist auch easy auf PC. Ich hab den jetzt eh zu hardkorbig am Vorführeffekt. Warum Vorführeffekt? Ja, weil wenn mir aber zuschaut, bin ich nie so. Oh, da fliegt der 90s. Ah, shit. Da hat er jetzt einfach reingeschüßt. Oh, so wunderschön. Doch. Die Stelle mit der Treppe hasst. Man, die Stelle vergesst sie immer. Auch das, ja, das geht. Warum ist es auf PC einfach? Warum ist es auf PC immer einfacher? Eigentlich ist alles einfacher, bloß du brauchst bei PC ein bisschen länger, aber dafür kannst du krasser sein wie ein Controller-Spieler. Und weil wir können unsere Sensi ja nicht automatisch ändern, indem wir es schneller machen. Kannst du? Bitte. Danke. Und darfst uns streamen? Nein. Nein. Ich weiß schon. Ich weiß, dass mein A-M-Loss ist. Bafon. Oh Gott. Oh Gott! schießt einfach nicht das finde ich auf der cübritz geil dass man das so schnell machen kann ich bin oben ja können dann einfach rein ich war mich ein bisschen auf ich mache ohne teuer warum da habe ich gerade reingeschissen kennst du die kommers mit zitterneid dies war auf pc ist dann so geil naja man merkt dass ich heute fast gar nicht gezockt habe dafür spielen wir und ja ich hatte doch mein gott bin ich los ach so nicht hier muss ich allerdings machen auch egal oh mein gott bruder fettfinger sind großoppa ach so hier ist ja noch einer ich muss erst mal nach land ach so das ladet ja schnell nach uns ja gut die stelle kann ich eigentlich recht gut zum controller spieler ich habe nichts gesagt ich habe gerade drei schüsse für 1 verballert los muss ich hier muss ich da rechts oder links lang recht oder geradeaus guck auf die map ach siehst du ja nicht nach der stelle wo man mit der sky hat verschiedene ziele dann gibt es einmal nach ok weil herrnähe ach so ne ja da waren ziel ich hab ich bin so andere maps gewöhnt oh mein gott mein aim jetzt mache ich gerade den 90s schieß 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 doch alter äh hier musste ich nach oben das schlimme ist wenn du nicht mal weißt was du machen musst und dann erst checkst ich bin grad das mit der korn wo man nach oben machen muss ich finde ich so einfach ja für pc spieler bruder da bin ich komplett lustig nach oben nach oben Hey, was muss ich hier machen? Achso, mich abzahlen. Ja, wahrscheinlich. Alter, los! Hallo? Kann das sterben? Danke. Und jetzt schön nachladen. Hallo? Ah, jetzt. Du bist ein Endspuren. Hm? Du bist ein Endspuren. Endspuren. Können wir Schaden geben? Mann. Ich habe mich auf jeden Fall gegründet. Ich habe mich auf jeden Fall gegründet. Ich habe mich auf jeden Fall gegründet. Du hast mich auf jeden Fall gegründet. Aber wir können uns, wir können, ja klar. F-I-M-D-U, we just friends. You are not my mama, I'm not my brother. Ich bin Division 5, du? Division 3. Minus 20 Punkte. Das Ding ist, du hast halt schon zocken können und ihn nicht. Ich hab aber nicht bezockt. Hey, wie bist du denn, die, bis ich um 5? Wenn du gestern nur typisch um 4 warst. Ja, wir haben nämlich auch, also 1.500 brauchte ich. Und wir mussten nur ein paar Punkte machen und die haben wir gemacht. Boah, ich kann gar nicht mehr. Boop. 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 gemacht da bin ich nicht mehr sie gelandet und zwar habe ich so abgenommen schöner 40er ping auf meine nacken das heißt ich bekomme keine 50er ping bei mir auch also und weißt du flüssig bedeutet fps hast du wenig erfährst ist es nicht flüssig nur wenn du dich so teleport ist oder wenn sachen paar millisekunden später connecten ist schon die hölle ich gehe will ja kriegst du und vielleicht kriegst du aufs mann oder du bekommst sie du kannst dann am sportplatz der heavy smartphone der einen typ hat eine so den tue ich wieder tragen und gucke ob ich noch mal zwei kraft bekommen ja doch keine zwei kraft nur eine blau und die schnell feuerpistole dafür kann ich mich auf 200 leben machen wirst du angeballert oder wirst du ach so gut unten ist übrigens nichts kannst du umziehen doch hier sowas ist da falls du brauchst würdest du gott angeballert normal eine müde doch hallo von wem wurdest du angeballert ach wächter ich hatte hier und treiben zwei minis und also drei ministen beteiligen mit doch leben wie und wirftigen kannst du auch mal sterben danke schädel ich hier so scheiß lud alter so beschissen ich glaube baumhaus sind welche da unten liegt eine schnelle feuer hier eine grüne ich gehe hoch ok ich mache gleich hälfte ok nimmst du die hier die bandages und jetzt einfach herr der hinterher in nimmst du tippe m ja wenn n die gehen zu dem Haus schade ich hätte ihn snipen können auch so nett fuck off, alter, erste Runde schon los kommst du die gehen weiter warum ha- ach, Dreckslampe hallecreen wird gleich auf dem Spannung glaube ich der andere ist ja beim ding eigentlich immer den pushen will der ja im haus im haus ist der ja, ne, ja, aber deutsch auch, oder? ja, deswegen, oh, Granate Batman hat ne Granate gelassen ich dachte Batman wäre ein guter Mann eigentlich müssen wir den linken pushen nein alter, die Granate hat schon bei uns auch nicht gemacht, fuck ja ja, ja, danke Blumen einfach danke hallecreen push alter, die haben aim die haben Blumen ohne Ende Lack ja, alter, das macht kein Bock die haben Lack ohne Ende mit ihrem Drecksblumen alter, jeder Schuss wetten, das sind die größten Loops der Welt wetten wetten, das sind die größten Loops der Welt, alter aber ne, die haben natürlich mehr Lack wie wir ja ahhh lecker ok, jetzt schwitzen wir, ok? das war, das war alles nur einspielen ok, Fuchs? ok, wir gehen mal halt dann immer so offensiv das war blöd im klo beim fenster hätten wir gepusht hat für uns abgeschossen und mit seinem blumen hat er jeden schuss getroffen sie haben dazu übelst lack mit dem blumen und dann käme mir so und bei uns connected es hat echt so wir hatten keine pamp also ich was was man wir von in der lobby oder ich war nicht in dann nur im screen ich soll nicht das sagen da wo man bereit gibt da war ich doch gar nichts hat keine ahnung hatte ich glaube ich habe das genommen und was soll ich unten machen und das was du willst ist das was ich nein was werde ich jetzt werde ich bald ich gehe hier ok mutig ist ja mal gucken ob die handlanger mich umbringen werden ich setze auf die 100 euro auf die was auf auf mich oder auf die auf die ah wow immer vertraut auf einmal sterbe ich alter wenn du dann die 100 euro bekommen jetzt 100 euro er weiß uns warten die hilfe schießt du ja das ist schön mit einer piste für mich mal oder Nein. Fuck. Was ist denn? Oh shit. Nicht wahr. Es kann schon. Jo! Weil du mich auch triffst. So. Scanne Shadowhunt langer. Und jetzt wegwerfen, du nutzloses Stückchen. Nein! Nein! Alter! Nein! Ich hab ein HP. Heavy Kim. Nein, du brauchst nicht. Ich schaff das. Ich hab medkit und so. Also ich hoffe, ich schaffe es. Für mich ist alles deine Schuld. Egal, sich wieder. Alter, warum sterbe ich fast immer in den Handlern? Die haben halt oft, haben, oft haben sie gar keinen Elmen. Oft haben sie einfach Elmen wie Mangra. Was passiert, wenn ich da an die Euge gehe? Dann komme ich hier aus die Euge raus. Okay. F, I, N, E, N, D, E, Y, we don't friends. So go look. Okay. With the shadow in your eyes. i like big pizzas and the little pizzas i like every pizza but i hate hawaii pizza because hawaii i don't know i i like pizza oh ja ich habe mich hier liegen falls du mitnehmen willst keine ahnung warum aus ja und hier noch zehn bombages hallo so richtig konzentriert beim angeln okay ja ich schaff das okay ja ja fmd-day we don't fern so lasst uns schon mal so aber ich werde die runde mit dem baum nie vergessen wo ich im baum gekämpft bin die wir gewonnen haben aber nur ich werde gestorben das opfer nicht passen sollen mich dann einfach durchziehen und ich schwimme und ich schwimme und ich will mir das noch eine quelle als hier hinten waren für schießt also ein fisch eine flamme und hier hinten ist auch noch eine quelle match verlassen das match verlassen und zur lobby zurückkehren okay x ist verlassen okay dann drücke ich mal x dann kriegst du noch so viel lack alter ich bekomme nicht geile waffen oder so doch die wo ich sogar gezockt habe heute mein einzigste sonne runde so arena habe ich eine goldene scar gefunden es geht so gut drauf kommst mit Nene menene Ocht der ist so weit weg Egal Och irgendwer klinget Ich muss gucken, ja Bis gleich Mama? Wichtiges. Passt schon. Was war da jetzt, wie der Gerbart ist? Keine Ahnung, irgendwer mit nem Fahrrad. Bing, bong, bong. Lila Tag. Dann haben wir beide Lila Tag. Warte, die Köder werfe ich einfach. Und, ja. Nimmst du Cephir oder soll ich gegen IS-Aps Minis? Na, Icon. Weil ihr habt nur Ohren-Mini. Lass mal da hin, wo Action ist. Da vorne, irgendwo im Norden. Da hinten. Bei der Brücke. Er hat erstmal ein Füll-Metz. Ja, Moin. Ich guck, ob ich sie snipen kann. Da hinten sind die. Nein, wer hat den da runter geschossen? Er hinter uns. Wo denn? Unten, unten. Unten, unten. Sind zwei. Hatten 150er. Er push mit mir, push mit mir. Komm hier. Und dann springen wir runter, weil wir kein Voll-Damage bekommen. Ähm. Oder so. Mach. Beide haben, äh, oder? Beide haben 50er. Der andere ist im Busch. Und dann kommt diese 2 unter. Hörst du! Hörst du es! Hörst du mich nicht! Hörst du uns. Das ist wieder so logisch. Nein! Oh nein. ja du kämpfst mich wieder so kommt oder ohne ich hätte es nie geschafft eigentlich nicht aber du scheißt doch auf mp weil du sprichst ja sowieso tag okay eigentlich nur sich die lieber mitnehmen aber nur für dich sechs ministen ja mache ich ich schlage schnell nach dann verpiss ich mich mit im jump ist man auf holz wechseln ist doch und das noch gut ein bisschen dings auch noch bei mir lebt ein bisschen da sind drei minis kannst mitnehmen fall der wird sie es sogar müssen aber hörst du mich überhaupt noch und jump hat es dort ich könnte mir kannst du machen ich habe von einem 500 ich könnte auch was abgeben ich komme schicken schicken doch die runde ist schon wieder so bullshit alt ist euch doch nein Nein! Keine Chance. Alter, das fackt ab, Alter! Natürlich, Alter! Oder nicht nur du. Schnapp hier die kleine Schere, ja. Schnappt, ja, na, ja. Wir haben... Nicht... Wir haben insgesamt minus 20 Punkte gemacht. Alter, war das scheiße. Aber warum müssen wir auch immer gepusht werden, Alter? Ich Wii-spawn durch alles schön und gut und auf alle... Äh! Fall essen nur noch Schwitz an dem fucking Game, Alter. Ab Division 5, Alter. Oder... Die müssten Champions Liga sein, so hässlich wie die spielen, Alter. Champions Liga wird selbst so sein, ja, Töchel! Ein Schritt nach vorne, Töchel! Töchel! Äh! 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 Wollen wir vielleicht so auf Chili Sweaty landen, damit wir chillen können? Platzierung? Ja. Einfach jedes Mal auf Platzierung, weil sonst bringt es nichts. Ja. Aber falls jemand darf, müssen wir den noch kämen. Äh! 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 Was knurst du so? Hä? Äh! Äh! So komisch, du ist das... Äh! Habe ich nicht, aber okay. Äh! Es hat gerade streamen! Chat! Bitte! So hat jeder noch gehört! Äh! Äh! Du hast, was du kommst... Äh! ...gemacht! Ne! Die Tourette-Anfälle, oder was? Ne, für eine... Ah! Vielleicht warst du mein Hund unten. Oder meine Mutter. Hä? Hä? Hammer! Ich geh zum Lama, okay? Okay. Und liefst du dann das Haus? Oh, da kommt wer, da kommt wer! Ja, ich geh weg! Hm! Hm! Und Chips! Oh ja! Und du hast halt Core-Training, oder? Doch! Hä? Trotzdem! Letztes Training! Danach gehen wir noch schön was Ellen mit dem Boy schön noch weiter Corona verteilen. Geil, oder? Geil, oder? Äh! 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 Gibt's... etwas wieder... ...la sh którzy wieder... Ich schreib dir Okay. Weil dann kannst du dich auch hochkupfen... Irgendwo hier! Ist nee mystery chest! Achso... Irgendwo? ist eine mystery chest ah hier legendary raketenwerfer warum bekomme ich immer so Müll dann ich bin nicht so einer der die ganze Zeit dann mit dem Müll hier abfragt nicht so wie andere ich werde es nie vergessen ich wollte gegen ed1 gegen 1 erholt sich nur vierfach raketenwerfer und schießt die ganze zeit und ist sogar noch schlechter alter jetzt können wir schön looten und dann können wir ein bisschen platzierungspunkte bekommen die die m m ja achten sind jetzt nicht vor allem weil du gerade zuschauer ich glaube ich habe sogar welche doch kann man also normal tust du auf youtube dann gehen und dann guckst du wie viele dinge und ich hab mir spaß übrigens hast du mir nicht fragezeichen weil ich habe einen pg irgendwer hat da gerade im hintergrund bei dir geredet ja ich bin mir ein hast du rocket ich ja Was? Oh, danke. Bandage gun, falls du willst. Was? Oh, okay. Oh, okay. Okay, so okay. nimmst du medkits mit vielleicht weil ich habe also ich habe mir gebeten werden weißt du was ich an vorten tasse zu luten ich hasse es zu fahrrad finde ich nur schlimmer ja Alter, ich hab Autismus. Du müsstest mein Stream grad gesehen haben, Alter, das war so legendary. Ich spiel jetzt mit nem Strandball, wo ist der? Wollen wir ein bisschen mit Strandball spielen? Hab ihn! Oh, Herr Wurste? Ah. Vox, komm, lass spielen. Hier, bei mir. Nee, danke. Ich soll hier aber nur machen. Biggie. Mach das. Äh, ich hätte ein Biggie. Ja, hättest du sagen können. Ich spiel Ball. Ball, 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 Ball. In Arena mit nem Ball spielen. Also, sorry. Wer das macht, ist schon ein bisschen. Okay. Und Ball! Oh, der Ball kommt! Und Kopfball! Da wurde ein, äh, da vorteil. Bei mir auch. Ja, da hinten. Mhm. Es sind sogar mehr da drin. Kamikaze Rocket. Da, 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 da. Da hinten! Da, 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 da! Da hinten! Da, 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 da! Da hinten! Pass auf, da vorne sind noch welche. Okay. Ha, ha! Ich bin da genau daran wettet. dann haben sich verpüßt mal hätte lassen sind andere richtung wollen hallo so kennt auch mich hat nicht das ist eine habe ich muss pushen einfach druck machen damit der nicht ab und nun mal schon du musst nach der runde mein stream schaum bitte du hättest du musst sie so schauen was passiert was passiert sagt ja es war immer feierlich was passiert sagt ja die hoheit die ganze war komplett drauf ja ich kenne dass ich kenne das und dann und dann hier und hier ich habe mich für dich gefunden ich bin bisschen erstell dir vor wenn man schwimmt tut man seine ausdauer schneller machen ja und wenn man desto öfter man jemanden trifft desto weniger blumen bekommt macht es war geil so was noch mehr biggie konservieren immer als ob sechs minuten ok ich habe selber sechs minuten ja es ist mir runter ok jetzt war meine rocket nutzlos super ja danke ich habe mir warm hat er warum wieviel laste ich habe sechs auf jetzt nachlader ich konnte mal sprayen hier ich bräuchte ich bräuchte noch zwei mit in der waffe oder ja ein schuss und eine nachlader zuerst warten bis man platzierungspunkte bei mir da vorne mit brabler ist alleine glaube ich nicht von links kommt noch sein mit ja die hauen ab jetzt durch ich habe versucht den machen hin zu gehen er hat durchziehen ok er er freutet er kommt ich habe halt jetzt kassel kleider einer kommt was war das denn für ein überraschungsgefekt wir können mich auch so nett wo ist der typ keine ahnung ich gönne mir wo ist der da 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 noch schön er hat ja einfach durchziehen sein wir haben uns aber dann ist die menschen jetzt einfach nur platzierung ja was ein richtig verbraucht wenn man 60 punkte immer drauf gehen weil dann haben wir schon bloß gemacht wir haben als wieder war aus sondern auch die punkte Du überträgst ja komplett mit deinen Chips fressen. Hey, warum? Weil du übelst voll mit Chips fressen. Nein. Dann hol ich Marginal Chips. Ahhhh! Ah-hah! Oh-hah. Das war's für heute. aus der tüte oder aus lieber aus der verpackung wie fanny er die meisten die tüte oder verpacken hirn es oder den diener tüten die schwingen jetzt ist ich mag bringe Stemmi? Ja. Ich habe Bock auf meine Kuh. richtig mit dem tipps ist immer so zwei oder wie letztens mal wieder ein ich gehe hier ist hier ist eine graue tech und der chest direkt hallo öffne doch auch meine güte ich hab ein bg wenn du mini hast sagst wenn du ein mini hast sag es mir weil ich hab die g ah ich hab minis ich hab minis einfach fernflex ja wir dürfen bald zur zon ich hab nur waffe dann wird doch hallo schließt doch die fakulte ja oder nicht irgendwelche gute wasser schon gefunden ja jetzt haben wir ja ach so gut ja aber wir haben noch ein bisschen zeit und so ja natürlich ich habe schon mal vor ach so ja noch ich hab 64 ich bin mir noch die chest und dann komme ich ja ich hier sind noch drin ist auch egal ja ganaten sind halt so op in dieser season gegner bei mir super ach ne ganz schön ich komm versuch so schnell wie möglich zu kommen wo ist der zirka ah ja ich weiß ich weiß ich sehe ja beide habe ich schicken bei mir hat es gelegt bei mir lag sorry jetzt nicht mehr jetzt geht es wieder einigermaßen komm jetzt nochmal ja ich spamm granaten hat einen 60er hit hat einen 60er hit der fußball fack du bist da ich denke musst du den mal ich spreche mir zu viel auf mich nein was soll ich machen ja die Tür ey das spuckt einfach nicht shield du bist schon da warum ja die haben sexy fehl oder so auf mich zu bleiben oh scheiße warum bist du da nicht weggegangen ja die ach egal komm ach egal komm wir haben jetzt in den ganzen runden insgesamt minus 20 gemacht in allen in ne bei mir minus 20 nur aber auch minus 40 in allen runden in allen runden und musste spätestens ins äh auf fürs training ich geh pissen hei 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 hallo hallo wo hä da bist du nein so weit weg auch jetzt nicht ja wir verlecken mal in zoll pläsen wieder in zoll app eben ja ist egal alter hauptsache wir sch guck wir haben so oft im pläsen einfach rassierten fett fingern wie einfach rein alter einfach mal ein bisschen besser spielen müssen wir beide dran geht's ein du es sind recht weit unten ich glaub die gegen keller und villa ja die keller und villa gehen die ja ich werde von der hütte gehen oder 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 ne ich gehe keller krass der eine hat übrigens der eine hat ne Pan ne alter werde ich schnell auf die Hauern gehen ne 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 Danke. Nein, Jesus. Letzter. natürlich ist wieder klar man ja kommt ja die bisschen ja Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Ja, übertreib doch komplett. Was? Da hat's nie dieser Köder, und die Köder können doch einen Schaden machen. Also wieder mal mit Chips. Okay. 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 Also Rieche. Dann bist du noch oder noch mal? Ja,made einfach mal. Also es gibt einfach mal die Dressen zu besuchen werden, aber dann wäre man победiert. von mir aus wieviel punkte hast du 840 ja müssen wir gleich so lange arena nicht mehr gespielt hallo macht arena irgendwie gar keinen bock zu zweit ich bin jetzt überhaupt kein bock eigentlich ja ich muss ein paar challenges monster und wie geht's gut ja was dann hier ist so jetzt war doch jemand oder die akratie habe ich auch gerade denkt aber ja gut das kommt raus mein du meintes grätschundigen ist das ja keine ahnung wieso wer seid du mit jetzt aber den scheiß das ist der grätsch ja weil wir in arena verkaufen er ist für die herrte zwischen erst die vision fünf er hat doch gar nicht mehr spielen sie sollte die neben dem spring weil ihr mit meinem franz jetzt mal nicht spielen genau der was du anführer oder es muss derjenige an für das hat er die herrte die wünschen ist sonst geht es herr fuchs habt ihr frühhauses abgibt also doch über für die fünf wochen heute aber sonst haben wir nichts auch für wochen die kreis ist so gut als fünf wochen ferien ja aber eigentlich sonst drei wochen schulfrau und zwei wochen ferien ja aber trotzdem zwei wochen für ferien vergehen dann so schnell und jetzt denkt man wie lange fünf wochen dauern das ist einfach ist dann sommerferien fuchs naja nicht ganz ja aber auf die eine woche geschissen sommerferien ohne urlaub gefühlt ja das ist ja anders krass jetzt denkt das jetzt zu machen aber das bis zu die osterferien und dann die osterferien anruf schon irgendwie komisch naja theoretischer es ist es ist alle aber wenn ich sagen ist ein feiertag drin aber es ist eine ausnahmesituation die was dann aber ich glaube schon dass es bestimmt die erfahrten bis jetzt zumindest sondern es ist ja noch nicht sicher ob es nach die osterferien wieder schule gibt ja doch fuchs normalerweise schon sehr wahrscheinlich war ja sehr wahrscheinlich vor allem des dinges ich habe in deutsch heute ihre verraten es dann habe ich freiwillig gemacht weil den deutsch war ich für gute noten ist immer gut ne ja bei allem wenn das doppelt zählt er hat es freiwillig und das hat jetzt sonst keiner nur nur der jakob und der hat schon konnten und jetzt sagt das habe ich gestern das ausgewählt habe ich das noch nicht groß dass so lange bei mir liegt der pampfen das so lange ausfällt jetzt hängt du möchtest in meinem direkt was er bin ich will ja und was schon jetzt heute einfach das referat und das kann jetzt so lange vorbereiten durch das und dann kriege ich einfach zwei und so wahrscheinlich jeweiligen ja wir schreiben eigentlich am dienst und englisch schon dann am ersten abgelaufen ja mal gestern macht weg ja das ist anders geil ja das finde ich aber nicht so geil fuchs die gar nicht dann mit dem stoff aber ziemlich hinterher er stimmt ja endlich die aufgabe das muss ich aufgabe dem scheiß metall abbauen ja ich hab das xp noch nicht gekriegt auch hier plätsche wieder full holz spürt einfach mal mit der pampel spürt einfach aus mir ist wichtig ich muss jetzt also mit die vision vier werden also ich bin die vision drei weil dann kann ich im turnier teilnehmer fuchs wie viele punkte das schafft man doch jetzt ich habe noch in den nächsten und ich hab die nächste challenge ich bin es mal viel holz und voll den pult steiner schon ich muss einfach die steine da bauen da gibt es so viele steine bei mir ist gegner fach ist bei mir ist der gegner volkshilfe du bist denn du heutzelang durch bitte nur diese sonne mal heute mal durch die körper zwei fähig jetzt und mit hat noch meinen hüt minus 18 minus 70 blu aber seit hier mit das unten hat noch mal das seit hier mit auch hüt Das ist ein Schubs vor, oder? Nein, das ist der Team mit Bordoffer! Oh, das ist so Null! Lass ihn aufbauen, Fuchs! Bau den ein bisschen runter! Wiss ich hier mal? FIGHT OVER! WHAT? Ich bin in Solo, ne? Hallo! Ich bin nur noch mehr! Nee, oder? Die bauen die CSF-Operen! Lass du ein bisschen runter droppen! Das kannst du auch nicht hören! Ich habe es soweit wie nötig! runter die haben so was wo von wo denn vor mir aber es war richtig und nicht schauen wir haben da bei olifol schilder beide bei mir ich habe noch mal viel mehr jetzt legt seine komplette ja ich habe ja wir haben wir den also wie schon drückt so kassieren wieso haben sie schon wieder voll schick gehabt und wir nicht verstehen sie haben den volk hat und wir haben absolut du musst rausgekommen ja ich bin alle wir wissen jetzt auch gut ich unten am fuchs aber mir spielt man nicht auf kämpft anders ab ja ich bin jetzt schon verheiratet die fast eine höhere division wie in letzten season komplett war ja ich hab dir jetzt ist ein komplette kräfte zeit geht csk kennt es das ist also schon holl auf youtube und spiel nicht wirklich ich finde vorher ist es am vizieber abst alle kosten aus ihm und auf epic endland gibt es ja auf steam gibt es das ja steam hobby ja die games aber ich verstehe es nicht habe so wenig fts in der lobby und sonst jetzt hast du mir leckts übel ja mal hier franzi noch mal oder wo bist du ich sag mal radiker alli auch immer wird wird immer kontestet sollt die ja auch immer punkte die angebung der marke punkte mit es ist ich habe jetzt es ist Unser Training freie erstmal im Viertseil raus, für Arbuch 2.0. Fuchs, du glaubst nicht, was passiert ist, Alter. Am Montag warst der Leistungstest und der fährt jetzt einfach aus. Ist doch geil, oder? Ja, ist anders geil. Weil du warst nicht wie... Ich hätte da noch zu verkacken bei dem Leistungstest. Nee, oder? Nee, ich hab absolut schon trainiert eigentlich dafür. Aber nicht, aber halt. Wir warten aber noch mal in die Halle gefahren und ich hab ihn. Ach nein, ich hab eine epische Truhe, eine seltene Truhe und ich kriege... Ja geil, bei mir sind die Waffe. Eine Lille und eine Pistel. Es gibt nur eine Lille und eine Pistel. Nein, das ist AG. Mann, ich hab keine Waffe. Mann, ich hab keine Waffe. In dem ganzen fucking Haus ist keine Waffe, Mann. Das fangt mir jetzt schon wieder ab. Im kompletten Blue House ist Ohrwaffe. Beziehungsweise Ohrtest. Und hier fehlt nur Minis. Es ist wieder so klar, ganz ehrlich. Das Game macht einfach ganz Spaß nicht. Es ist ja gar nicht so gut. Das haben wir hier noch nicht. Ich würde ja auch nicht sagen. Ich bin ja auch nicht so gut. Das ist doch deine! Ne, war schon. Das ist doch deine. Der war schon. Einnimm die, eure Gakt. Ich habe irgendwie Onkel dazu mitzunehmen. das film einfach normal wo sie aber es kommt bockner nach dem bolche ganz ehrlich du meinst du unbedingt schaffen ja kann man den namen von meinem stream ändern was hast denn schon wieder ich verstehe das einfach nicht, wie kann man dann den ändern Einstellung perfekt, hast du nichts drin ach, okay, alles gut Kappa dann bleibt man wieder was haben sie dann gesagt, waren die schulaufgaben, welchen dort die schulaufgaben schulaufgaben und, bist du so schlimm, oder? oh, bei mir werden die Arena-Pumpte noch zeugt, oder? ja, ich bin halt dann kurz gemütet, wenn es der könnte, okay? ja also, den werden einfach nichts, die schreie dann einfach kaputt ja hey, wieso schreie? nein, du sollst dann schreien oh, die hat das ein ganz viel duos das ist viel ganz viel wirklich? ja, ich sieg's doch selber mal, ich bin blind eigentlich schon, ohne brühen Schuh nenne ich doch Case-Brille nenne ich doch Case-Brille ja, das ist ein Rostres-Name okay, ich werde dann nach der Runden wieder mit dem Team mit dem Team mit dem Team sorry, ob ich mich da den ablösen gross, du hast kaputt gemacht ja, aber nur an du, wenn ich mich komplett anders ja, aber nur an du, wenn ich mich komplett anders was meinst? aber mir ist nicht länger, dass meine Arena vom Kackt haben wahrscheinlich, wahrscheinlich und hätten die den in den Deck dann, die in der ersten unten in den Deck dauer in Arena dann war das halt nicht so schlimm was? was? schock ja, wir haben wenigstens zum Kack ja, wir haben wenigstens zum Kack ja, wir haben wenigstens zum Kack ciao, ciao, Janik ja, wie soll denn bleibt doch jetzt so kurz oh, Digga oh, der Mami, hau, komm Bock, du hast es scheiß Game ja, bleibst du drin, Janik, aber Mann was, ich hätte ja gedacht, du hast doch kurz ja, ohren ja, ohren das war ja nicht, oder so, dem Team komm, der ist schon los oh, der ist schon los ja, tschi, tschi also, ciao Mann, das ist so ein Scheiß, Mann ja, hi ich muss die Spülmaschine ausräumen ich muss die Spülmaschine noch ausräumen ich habe keinen Bock ich habe keinen Bock mit meiner Mutter dann so oh, die Spülmaschine auf ok auf was hast Bock? arena ok einfach ein bisschen arena ah, übrigens, äh, das wollte ich dir auch noch sagen, ähm du, äh, musst den Namen von dem Stream auch mal ändern ja ja, wollte ich schon, aber wie geht das auf OBS? das weiß ich selber nicht mehr du hast das, ich glaube, du musst einmal so vielleicht auf PS4 streamen und dann, äh, den Namen benutzen warte warte ja, für den Stream lasse ich den jetzt nur so ja, lass den einfach also, wir haben noch ein bisschen länger wie eineinhalb Stunden und dann bin ich für ein bisschen weg und dann rufe ich dich an und dann können wir weiter, ok? ok also, ich mag jetzt aber die, also die eineinhalb Stunden jetzt mal die bisschen für werden wir gehen wir jetzt einfach nur auf den, weil ja einfach auf Platzierungspunkte ok wir gehen mal Dirty Dogs ja, ich seh die Karte noch nicht, deswegen ähm, Dirty, warte ok es ist halt sehr, sehr weit weg ja, aber ganz ehrlich, wie käme es safe hier, wenn man ein Gleitschirm eher will ja, trotzdem ach, egal, passt schon, komm klar, wir kommen weil wir beide halt einfach überden gleichen Skin haben, ne? ja, circa Legende ich würd allein sein ¿ok? ich kann vorbleiben aber wenn du willst du willst aber wenn du willst du willst aber wenn du willst du willst oder wir gehen mal steamy nein scheinung äh mir ist egal mach mal ein dodo du musst aussuchen mir ist egal dann lass dir die ja oder wie weit unten bist du auf einmal können wir bitte schön ich glaube wir gehen das kleine abfall da unten weil du nicht nach dirty kommst nach dirty aber es kommt erst sowieso ja dann noch ich glaube das ist jetzt wie das erste wo wir dann ja traurig aber wahr doch ich aber wahr hab mir Glück in meiner Stimme als in kamikami da oben sind zwei chests falls du sie dir gönnen willst wo äh auf warte ich markier da drauf sind zwei chests ja ich mach markierungen wieder weg aber es war halt perfekt teile ich so ich hab kein bock nur dabei die mutter das hat sich so als ob sie ja ja moin ja ich hab voll shield kann ich da rein verstecken ach so das ist ein normales versteck schade schüch alter oh brüder ich bin zu lust um irgendwas zu loken gerade ach so äh doppelgänge meinst du ja 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 die die denken sich nur so autismus pram es entweder armer autismus mich hat dann auf ebay kleinanzeigen gefragt ob ich mayonaise verkaufe warum fragt man mich das weil man dumm ist ja hast auch wieder recht aber fuchs ich muss sagen wir sind echt ein krasses duo eigentlich wenn wir nicht verkacken würden haben wir meistens nie chance weil meistens geht gegen zwei leute auf dich und ich bin erst auf dem weg zu den gegnern oder andersrum halt ja so ein lock ist drin ich habe ein bg und einen mini ich tue den mini weg und nimm den bg ach ist da oben die chest ok du willst allein sein ok wird zwar herr kein problem ah meine nase juckt meine nase oh jetzt nicht mehr hab sie gekratzt ah geil oh ja rinnen sie schmeuge ok ok ich habe einen heavy sniper gehört von echt Richtung w w hm ja ich bin gleich fertig mit guten habe leider nicht so geilen gut aber ich habe ein jump hat soll ich länger nun damit samt ja ich glaube mache ich ja hat sich gelohnt habe eine blaue pump gerade gefunden drei minis oder ein medkit was soll ich nehmen was ich bin fertig also ich weiß nicht ob ich fertig bin ich glaube da geht weiter aber in newsnet schampert das rentiert sie nicht weil er geht sowieso ich komme jetzt wo bist du überhaupt da okay was hast du überhaupt gemacht wo ich nicht da war ich habe 820 weil ich wieder irgendwie keine ahnung ihr habt mit einem freund herren hat muss sagt wieder abzug das ich hab ein bügel für dich ich habe insgesamt drei bügel ich kann die eingeben hier gibt leider nicht so viel metall hat aber dafür viel leben im 46 metall und sich jetzt nicht so krass ich habe fast voll erfolgt da ich jetzt eine quelle da hinten liegt einer oder ja dann ja südwesten südwest ich würde sagen wir gehen hier ins haus bei 200 990 es ist gelootet aber hier ist noch nichts p coin minze die können nicht mehr nicht mehr ich verkämt mich einfach oh sorry keine meds verschwenden jump and run auf oder die versperren mir gar den weg ich will aufs dach hoch und das mache ich jetzt das wollte ich auch machen so und jetzt hier hin ja jetzt ja 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 ich ja schon ja ja ich Nee! Wenn mich im Sprung jemand snipen würde. Oida, fuck! Oida, ich hab mir gestern schlägt! Ich auch! Auf einmal! Äh, im Wasser, im Wasser! Deut'n ist jemand, deut'n ist jemand! Hier auch! Hat'n 25-er sheetet. Im Wasser, im Wasser, da! Hat'n noch'n 25-er? Aber Blue? Der geht... Der verpässt sich! Lass'n! Lass'n! Ich würd'n sagen, sorg'n! Ja, lass'n! Wann kriegen wir jetzt endlich platzieren? Äh... Keine Ahnung, ich glaub' 20 oder so. Das Ding, den sie find'n ist halt so schlimm. Weil man kriegt... Oida, ich hab' gesagt, du kriegst wieder'n Disconnect, ne? Weil bei dir ist das gestern was passiert. Als ob! Äh... !!!! Lass'n herra. Der kanns! Der kann man... Ja! Hey, bist du nur da? Hey, hey. Hey. Hallo? Atlantis und Westrich Buddy? Hey. Oh, da bin der jetzt echt nicht dysknecht. Nuh. Oh, Alter. Jeet! Eins, zwei, drei. Oh, ne. Das sind welche. Wiederhört. Ich darf den Tisch. Ja, fett, krass. Oh. Hast du Piki geflossen, bitte? Ja, klar. Er hat rein geschissen. Wo ist er? 100 Sekur. 20er Hit. Du hast halt das Teil runtergeschossen. Keine Ahnung, vielleicht haben sie Schiss vor uns, weil wir sind halt so krass. Ey, ich kann mir Bandage-Gun wieder ein bisschen hier. Sind die beide durchzogen? Hä? Warum kriege ich Künchen hier? Jetzt. Geht doch. Keine Ahnung, vielleicht dachten sie sich, oh mein Gott, das ist Atlantis-Peddy und Case. Fuuuuh! Hahahaha. Es wurde gesnipet. Die haben mich runtergeschneipt. Oh shit, man! Äh, von Osten. Ja, von Osten. Ey. Baut ich einen. Baut mal, baut mal. Ja, ich baut. Geht mir da mit dem Biggie oder zwei. Alter. Wollen wir mit, äh, Jump-Head in die Zone? Ja, lass, lass, ja. Na, da hinten ist ja Jump-Head mit mir liegen. Okay. Komm. Ja! 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 Fertig! Erfolgserlebnis pur! Endlich. Endlich. Endlich haben wir was geschafft, hm? Hey, Deutsch-Jump-Head. Oh. Ups. Ah, hier ist epische Coleman-So-Sorry. Ist wichtiger. Habe ich auch schon aufgesammelt. Ich aber nicht. Nein! Warum rutsch... Die rutschen runter! Hä? Ich kann die nicht einsammeln. Oh mein Gott, das ist das Spielbild. Ja, ich komm. Und das heißt, du wirst B-geschossen. Und wenn ich jetzt einen Slug bekomme, dann den stelle ich. Fortnight. Oh, ja. Da auf dem Berg. Ja. Ey, aber komm zu mir und dann Turtle mal ein bisschen. Ja, chill! Ich wurde... Ich wurde... Ich wurde... Mann hat mich angehört. Ich kenne mich nicht an. Warum wurde ich... Ja, lass so am Berg, so mit verschiedenen Gang machen. So, zack, zack. Und dann immer hier so ein bisschen so. Und hier so, damit wir hier durch können. Hallo? Kann ich bauen? Guck, du kannst jetzt hier auch durch. Das muss zu sein. Ach, und hier zumachen. Aufpassen, der eine macht ja heavy sniper double. Und da oben ist halt ein Luftblock. Ja, aber der schafft macht man, ne? Der wurde genommen. Der wurde genommen. Das der Loot. Ich glaub, der wird in sich gleich gönnen. Deswegen aim mich mal drauf. Oh, einer mit. Oh, einer mit. Da bleibt es hier jetzt. Ja, da unten drin. Schlünder. Oh, no, 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 no. Glauber. Hat net shot. Ist gefinisht. Loot gönn? Fragezeichen. Was hat der für Loot? Ja, okay, Kim. Aber bleib du. Mach du. Ja. Hat er irgendwas? Nix. Also außer die Augen nichts. Ey, da drüben, der Törtel, jemand. Ja, trotzdem, komm, komm hoch, komm hoch. Ja. Ey, da drüben, Falter. Ähm. Wir müssen sauen. Ich könnte ein Jumppad dann hier hoch machen, damit wir dann hoch können. Okay, dann mach ich das ab und dann editen wir so. Warte, da. Jetzt? Jetzt? Ja, jetzt. Fuck, das sind welche. Einfach totteln. Oh, shit. Ja, unten sind, unten sind noch welche. Spray oder wie. Fuck. Von wo, von wo. Ja, von da oben an. Hat ein 33er. Äh, einer kommt. Da kommt wer. Ups. Fertigen zu mir in Turtle. Das haben wir in der Sonne. Fertigen zu mir in Turtle. Oh. Oh. Ah. Ja, wir haben auch ein bisschen Sonnlack, warte. Oh. Du bist so. Nein, das ist so nicht gemacht. Ja, ich wollte heute vierte Töten. Oh, guck mal, das war der Film des Jahres. Aber wir haben ja bloß gemacht, dann muss das sein. Ja, muss man suchen. Jetzt gesagt, haben wir nur noch minus 10 Punkte. Nur noch. Das müssen wir jetzt einfach immer so machen. Alter, wir haben aber schon ein bisschen reingeschissen. Auf einmal, ich mache ein Fenster, guck, wollte ihn gerade abballen und er editiert auf und er gibt mir einen Snipe. Ah, tut weh. Mann, voll der Scheiß, aber war auf jeden Fall eine bessere Runde. Ich glaube, jetzt haben wir beide reingespritzt, weil wir vorher beide einfach so komplett lost. Ja, genau. Aber wir haben heute die ganze Zeit einfach nur minus 10 gemacht, schon ein bisschen. Scheiße. Da sind sie ehrlich, scheiß drauf. Aber jetzt schaffen wir es, jetzt schaffen wir. Und danach sind wir noch krasser. Danach, wenn ich nach dem Training komme, dann sind wir einfach Legenden. Okay, dann 20 Bommes in Divison 4, okay? Oder Divison 5, besser gesagt. Ja. Vor allem, ich wette mit dir, wir machen heute so einen Spielertag und dann, und danach können wir noch essen gehen, Alter. Ich werde mir schöne Pizza reinpfeifen, hab bitte. Die haben so eine geile große Pizza, machen die da nicht so wie die E. Alter, der hat eh nur Skin oder Xbox-Halt-Skin, halt der coole, krasse. Und du hast einen Iconic-Skin noch, das ist ein Team. Ey, ich will dich adden und dich auch. Können wir neue beste Freunde sein? Ich will den Case nicht mehr. Nicht passen. Skin sagt nichts aus, es sei denn, du bist Patrick und du musst erst dir einen Skin kaufen, um krass zu sein. Erst seitdem ich einen Skin habe, bin ich gut geworden. Irgendwie jeder, der einen Skin hat, ist besser. Wenn man gut in einem Spiel ist, muss man Geld ausgeben, irgendwie dafür. Wohinlanding, I want to plasen. Was plasen? Einfach so. Bitte. Danke. Und dieses Mal, ich gehe in die Hundehütte, weil alle gehen Villa oder so immer. Komm, ich rette dich wie beim Rodeo. Alles, was ich will, ist Sex. Komm, ich verruh dich ins Bett. Schnappen. Fuchs. Fuchs. Ja, was ist das? Fuchs. Wie hast du mich in Fortnite eingespeichert? Bro. 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 Schwar. Bro. 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 alles dreht sich so wie im casino so ein brille und ich sehe rosaro und was hast für waffen so ich hab eine blaue bürste grüne smg und zwei grüne pilz ich war gerade zu dumm und eine tür aufzumachen ich stand so davor so ich habe ich eigentlich gar nicht weil ich bin dadurch schon so oft gestorben rotes haus ist wer ja ich hätte mir nie für dich er geht raus erst durchstehen dass er sie üblich aus kommst du und man ist ja dann da vorne so hat er sich jetzt verpasst ich glaube er kann durch kämpfe im haus ja dann hier wieder dann ist es hier so gegangen als würde er wieder reingehen machst du das ja hinten ist einer fußballfeld fußballfeld sind welche auch ja bei mir ja der ist runter gegangen ja aber das noch einmal da ist gerade raus ich weiß nicht was das muss die kind fußballfeld ja dem fußballfeld sein hätte aber die generale jeder unter gd vom fußballfeld gehen darunter ich weiß ich weiß ich warte bis die rauskommen machst du mit der gegenseite und da war ich verkehrt mal kurz im haus ich muss halt kurz und pissen nein oder doch ich bin da wieder also yeah ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 unterhalten ja mit man edit geht es nicht passt ich hab nichts zum nachladen das ist keller bei der treppe rechts beim fußballfeld ist doch einer ja sorry aber wenn ich krieg der eine nicht hat 60er fußballfeld ergänzt sich genutzt kennen andere sasche bräck auch schütten ja hier von dem anderen habe ich habe misst die nur ich werde sterben soll ja ja ich habe vier sind ab hier muss man schnell mädchen noch ein bisserl durch hat noch der wk oh mein gott ich habe bandage kennen und drei medkits leider nicht ich brauche wieder pump ich habe nicht so mehr zu machen ja endlich haben wir das geschafft in unserem leben ja klar klar ja ich habe mich nicht für die danke ich hab schon kurz so blässt ja das war jetzt wieder mit dem man aber nehmen die hat immer wieder herr ist oder wenn legende haben wir beide kämen uns gegensatz ich könnte man sagen ja aber sag mal so du bist der bessere spieler von uns eindeutig ja ich bin halt besser aber eigentlich sind wir trotzdem zusammen besser nein ich wollte nur dass du es vielleicht so dass ich habe immer für dich hier ist nach vorne fast fast zu viel nämlich das schön das schön das sehr schön und da sind noch mal gründer ich habe einen runter schossen ja 15 jahre aus wie richtiger platz kümmermann die push mal jetzt ok ich habe den modell dieser richtiger platz ok aber die sache ich würde planaten dann rein wir stellen die grammaten hallo wir sind auch zu zweit wir können durch toilette überraschungsangriff falls du willst der vorstunde ja ja pass auf ich versuchte ich ich muss durchziehen wir sind heute nicht einmal gut und die lassen mich so bemütigen von denen als einer falls die kommt ich versuchte ich dann zu aber trotzdem die sind jetzt zu zweit das war ja leicht blöd irgendwie mhm das war ja leicht blöd irgendwie mhm weil ich glaube ich glaube dann würde niemand mehr mit seinem mail zocken wollen jeder dann so ja du hast du mein Kind abgestaubt mhm warte dich blöd mhm Hecht? Weil ich das würde Und ich hab hier noch eine schere der andere ein wort zu spät ist weil wir haben ja die land wenn ich was sagt kommt bei dir später und dann sind eine sagt was und du bist schon beim zweiten satz gefügt und dann so einfach die fans die fans die fans die fans die fans die karten meyer seriki oder was ist dann muss er sich um die domenäten er hat doch gekommen okay ich hab die halt noch nie erkundet ich kenne den namen davon nicht bei mir heißt es dreimal fragezeichen ja bei mir genau so alles drin ist ja wie soll drehe ich sie los habe ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich lass dir die hoffnung installierte bitte mal ab und das ist so ein geiles ding das musste waffen finden ich ja ich werde gehen zwei dusch bei mir ja dann gehen woanders wenn es geht geht leider nicht ja ich würde sterben und ich sag einfach wieder deine schuld nicht passen ich bin bei dir ne bist du nicht bist du vielleicht weil man mich angeschossen hat aber nur vielleicht und nur vielleicht kann ich mir vielleicht ein medkit gönn komm bitte so schnell wie du kannst ich habe medkit ich auch ich versuche mir zu können okay ich bin mir jetzt mit und dann kann das wenigstens was sagen dass hinter mir gegner habe ich nicht gesehen er war einfach über mir das macht spaß ich will weiss was wohl dir jetzt apex installierst und wenn ich wiederkomme dann hast du es ja also nach dem training aber ich hab jetzt mehr bock auf fordneid ja jetzt zocken wir noch fort aber bitte apex ich würde dir mach das safe bock ich weiß schon dass apex bock macht aber nie ich spiele über fordneid okay ich werde aber später apex später wenn du ins weg gehst okay aber dafür können wir ein bisschen posten alles dreht sich so wie im casino oh na 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 naaאת dann e ich kann doch mit einem wetter find ich kann doch die zwei Closen grüßen Fischi on me, it's a Fischi to be I don't know what the place but the Fischi on me Fischi on me, Fischi on me I don't know what the place but the Fischi on me To eat B, I'll stop your cake Drop a like here you eat, cook I'll stop your cake Yeah, but it's not Fischi on me, Fischi on me Fischi on me, Fischi on me Fischi on me, Fischi on me 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 Das ist mein Klingelton, sorry. Mich hat mal angerufen. Ich weiß nicht wer. Ich glaub, war... Also es war ne unbekannte Nummer auf jeden Fall. Volks, wohin gehst du? Ach so. Ja, ich lande da, weil dort der komische Ding war. Für sie nie. Für sie nie. Für sie nie. Oh, wieso geht das denn? Was denn? Dass wir wieder in der Pyramide das Teil abbauen können, also den frischen Wagen. Ja, ging früher aber jetzt nicht mehr. Weiter Bullshit. Hm, das soll Bullshit sein anscheinend. Alter, Sohn denkt sich auch so, hey, hey, ihr Bixgestein. Oh. 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 Oh ja, ich bleed nicht mal richtig Craggy, weil ich einfach dann zu Zone gealter. Ja, bis jetzt mein Püstel. In Apex gibt es sogar verschiedene Charakter, mit verschiedenen Ultis und alles. Mann, hör auf, Freddy. Warum? Ich mag jetzt gar nicht alle. Bisschen Futter. Doch. Ja, Kettchen. Ich stelle dir vor, es gibt mal eine Angel als Pickaxe. Eine was? Eine Angel-Pickaxe. Also die Angel bloß als Pickaxe. Das war doch so geil da. Das ist kein Silber. Ich würd's mir safe gönn dann. Ich hab vorhin schon so viele Sachen geschrieben. Einen Obama-Skin. Dann ein Donald Trump-Item. dass falls jemand in der Nähe von 100 Kilometern ist, dass einfach eine Wand gebaut wird. Glaubst du, ich überlebt den Sprung ins Wasser? Nein. Aber zuerst gönn ich mir die Chester hinten. Und wenn da was Goldenes rauskommt, dann... Schock ich für eine Woche keine Apex. Ja, doch nicht. War irgendwie fast klar, aber... Wahrscheinlichkeit ist nur 1 zu 100 oder so. Bist du Lust? 1 zu 101. Ich hab 3 Minis und 6 Minis. Ich hab 3 Minis und 6 Minis. Ah, shit! Ich hab einen Medkit. Ich bin krasser wie du, H. Ich hab einen Medik. Ich hab einen Medik. Ich hab einen Medik. Ich hab einen Medik. Ich hab bis jetzt mal Pistel als Eier. Es tut mir leid, Fuchs. Aber ich werde springen. Und überleben. Hast du eigentlich halt irgendeine Ayer oder um die von mir gefunden? Äh, ja. Da ist, glaub ich, irgendeine Ayer irgendwie. Im Laster halt. Okay, wenigstens Ayer. Fuck. Warte. Bleib mal stehen. Ich will gucken, ob das Ende verbraucht. Ja. Und jetzt los. Du bist grad so richtig. Die Tüte. Ja, jett. Jett. Jetzt gibt's uns endlich 60 Punkte. Oder... Wir müssen Platz 12 dafür werden. Oder 13. Da müssen circa so 25 Dudes... Leben. Äh, da... Äh, wurde getröpelt. Bisschen. Äh, das... Lass außen rum, bitte. Ich mag endlich... Das ist ne Waffe. Ah, ups. Ich dachte ne blaue... Äh, ja. Wollen wir in die Toilette rein? Aber da ist halt Safe Show alles looted. Ah, nein! 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 Wo bin ich? Ah, hier ist ne blaue Farmas. Und ne blaue AK. Und ne blaue AK. Hier ist blaue Akatschen. Kannst du dir viel mit nochmal? Äh, ich könnte... Will aber nicht. Uh, ja, ey, ich mach ne lila AK, okay? Meins. Okay, ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Hast du Nesca, oder was? Achso, ne... Ah... Ah, jetzt verstehe ich... Du willst... Das Ende... Ja, scheiße, Frau Puh, ich nehm sie fehlen mit. Ey, guck! Meine Tarnung ist so geil, weil wenn ich schieß oder halt so mach, dann wird die heller. Ja, moin. Brudi! Was ist los? Ja, dann tschüss. Ey, 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 okay, du hast sie. Ey, lass hoch. Okay. Fuck, Dom ist der Gegner. Ah, belastend. Ah, na, 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 na. Schade, ich hätte in drei Hits gehen können. Aber okay. Äh, war da grad einer? Ne, war nur ne Vase. Wir müssen sorgen. Wollen wir durch die Toilette? Ja, aber dann kippt man doch direkt zu die Gegner, ne? Fuck! Ich hab geschossen. Du bist in der Waffe. Ich warte. Ich warte. Eine Räste hat's, das ist auch möglich. Und vielleicht kannst du essen? Ich weiß nicht winner, der eine Räste sei mal weg. Richtig! Ah, lecker! Ah, lecker! Ich morg, ich freu dich! als hätte ich ein diskoniert die gehen alle auf mich gott auf der brücke ist auch einer kann sie zu mir kennen vielleicht wo bist du da das hinter dem ding euer frage bin ich bin selber nicht selbst ja ich auch nicht das sind schwitzer ja noch nicht nur schön sagt das sind schweizer alten schützen herpa wie ich wenn ich schwitze wollen sie ein bisschen mehr man wird nicht mehr die moment endlich nein im ding dann bb bis später Bis später. Ja, Digga, je mehr der Rezeption endlich die Vision 4 wären. Ja, passt schon, kann ich verstehen. Ich will mal nicht nur ein bisschen auf Platzierung wie Maze-Mads, einfach zwei Runden oder drei Runden komplett auf Platzierung schmetzen. Oh, gar keinen Bock. Really? Yeah, sorry. Ja, später können wir, okay? Okay. Ich muss eben 45 Minuten auf, spätestens. Ja, okay, dann ciao. Also bis. Bis spät. Die Vision 4 sind. Dann können wir die Vision 4 sind. Und dann, Panamom. Eigentlich nicht so ein bisschen, ich bin der Läder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. 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 Yeah, definitely. Okay. 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 Was ist? Ja, sorry, Digger. Was ist heute machen? Konzentriere mich auf. Spur... Ja. Ja, aber ich glaube, ich bin kurzzeitig dann auch mal auf. Bis um drei, bis um acht, also um acht gehen wir dann auch wieder. Ja, genau. Ja. Uff. Ich habe einen Schiff, also, ich habe einen Schiff, aber ich habe einen Schiff. und wie läuft es wird eigentlich ich ja 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 komischerweise irgendwie an easy clap jetzt ist mein Mann ja er ist mein so das wird mir jetzt würde ich lieber auf platzierung gehen wo ist denn der typ der ist irgendwo der scheiß habe mich erschreckt ja da war ja 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 Ich werde nicht mehr schrecklich noch leer. danke so ein scheiß feldspieler wie kommen so opfer ganz ehrlich zumal stramix ganz ehrlich das fack mich so opfer ganz ehrlich die kann man so opfer spüren so und jetzt mal turtle die kann man so opfer so 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 jetzt 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 ich habe nicht Ich bin hier besonderes. Wieso nicht was Besseres? Wieso ist das? Wieso ist das Bessere? Was gehört in dem Game? Fuck, ich bin hier besonderes. Wie random ist es das Bessere? WTF? Huh? Das ist nur komplett random. Ich bin hier besonderes. Ich bin hier besonderes. Neuorientieren? WTF? Mal. Das ist auch schon wieder da. Mit den Metafels. Ach Mann, Digga. Es ging nicht vorher zu scheitern. also schon wieder oder möchte mir das game fahrten jetzt mit digga jetzt mein wildtag man versteht es war mir hinter der runde aus dem magic test der christmasse wieder mal lag ja nach der runden schreibt sie dann eher aus so ein stream ja wieder pause und halt auf massen Oh, f**k, warte, ich gehe schon jetzt, ich gehe schon aus Köln wieder. Ich gehe schon aus Köln wieder. Oh, scheinlich, 23 Gegner, natürlich sind es nur zwei Gegner verreckt, ist wieder klar. Oh, ich gehe jetzt schon, f**k. Vielleicht nur einen Loot-Job werden, so. Oh, ich gehe schon aus Köln wieder. Das habe ich mal wieder gar nicht, ne? Oh, ich gehe schon aus Köln wieder. 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 Wieso? 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 Ja, natürlich Wieso? 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 So, jetzt wird gewartet. Nee, der Affe. Hey, lock die mal runter. Okay, ich wünsche mir Glick. Die andere Toilette, du Vollidiot. Na, Digga, ich hab's ja mit Absicht. Da was so gemacht. Boah, die gehe aus. Kling mal mal her. Da steht er. Jetzt wieder Robby. Ja, Digga, du bist zu dumm. Ich hab das gar, Brudi. Okay, man kann. Was wäre, hey, wo bist du rausgekommen? Da hinten. So, Leute. Weil ich höre. Ja, ist mir schon klar. Ja, ist mir schon klar. So, ich höre mal auf. Eigentlich bist du ein Mafi. Na, wenn die Fight nur nur gegen Bots. Okay, geh mal auf. Komm her. Geh du. Oh, dann doch mal. Oh, dann doch mal. Oh, dann doch mal. Geh du, what? Er gibt mir einfach den Glücksgauf, das du willst. Komm, gucken wir jetzt nicht mehr. Was schirrt mir? Der natürlich wieder größten Sweater. Ja, ich schaue schnell auf YouTube. Ja, ich schaue schnell auf YouTube. Komm, oder? Ja, BQs mit umbenennen. Das gibt es nur Twitch. Tantistool. Oder warte, warte, lass mal. Nee, es geht nur auf Twitch. geht es ich werde dann muss man in der mauer gerne stream affe mut und ihr video bearbeiten nein Ah, jetzt hätte ich mich doppelt, nein! Was ist das? Jetzt hätte ich mich doppelt, habe ich gesagt.